das ist doch was wert okay so dann weiter zur hauptmission so hier konnte ich ja wieder nicht drüber muss ich an der seite vorbei nicht mal gespannt was wir hier jetzt machen sollen was die KI von uns möchte hi Freunde bei Freunde Aua in order to use this element you will need to manually alter your power manually yes I have created this tutorial message to explain how to do so convenient now use your fire blast on those people it will ignite anyone in the blast radius this would be great at a barbecue nice more element types exist in this simulation for various powers if you are able to find or create the code that is thanks for the help it is not help only repair my debt now I will let you continue on your quest to find me the body you promised kraft element training sehr schön wir haben das feuer element bekommen damit kann man doch schön Schaden anrichten wo hat er mich denn hier raus gelassen was ist das denn Vandalismus mach mal noch den Vandalismus hier gleich richte mit den gegebenen Waffen mal ein riesiges Blutbad an wow wieso bin ich hier umgefallen au Oh, und ich habe auch noch eine Statue zerstört, okay So, hier ist irgendwo noch ein Heli Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Ah shit. Haha, gonna bomb you into the stone age. Oh shit. Ah, comes an option. Buddy. Starting to look like still water around here. So much for a chat Au, au Oh, okay, Zeit ist abgelaufen Schade, leider nur Bronze Wie der abdance Okay, gut, da haben wir noch einen Vandalismus abgeschlossen Äh, Geist in der Maschine Hilft der KI, die Simulation zu betreten Okay, wir besorgen der KI einen Körper Damit sie die Simulation betreten kann Und wir, aua Und wir Hilfe bekommen Hilfe, die wir gebrauchen können Um die Aliens platt zu machen Oh, halt, kann ich hier noch einen Laden hacken? Ja, kann ich Sehr schön Und wir haben einen Aufstieg Wunderbar Oh, damn it Ist die auf die Brücke nach oben? Nicht nach unten gucken Okay Ja, damn it Von da, was kommt er nicht hoch? Äh So wie das aussieht Vom Wasser aus Ich kann's mal probieren Ah doch, da müsst ihr hochkommen Sehr schön So, darf ich mal? Ich kann's glauben Ich kann's glauben so like is there a way to get this a.i. a body in the real world too at this point the a.i. is purely information he's entirely digital you could download him to your phone if you wanted why does he want a body sounds better than being stuck in the simulation forever good point I'll check the ship for a suitable shell So, gehen wir hier hoch. Hier haben wir noch ein paar Daten. Die können wir doch dann auf dem Weg auch noch gleich mitnehmen. Das kann nicht schaden. Oh oh. Goddammit, ey, das sind richtig viele. Na gut, okay, viele. Es hält sich eigentlich noch in Grenzen. Oh, hi. Oh, hi. Oh. 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 Jetzt mischt sich die Polizei hier auch schon ein. So, kann ich mir das Ding einfach schnappen? Be careful not to damage all the CIDs. I don't know when or if we'll get another chance to get one of these. Chill, Kinsey. I got this. Wie? Okay, ine, mene, muh und raus bist du. Oh. Oh. Ow, goddammit! What did you do? I touched it. Well, touch it different next time. What the fuck is this, Kinsey? Don't pin this on me. Yeah, these things are busted. Don't you, don't you, don't you blow up too. Did it! Finally. Quick, get to a safe spot so you can crack it open. Okay. Do I need to go far? Just away from the Zinn. Pick some place they won't find you. How long will this take? I won't know until I crack open the device and see how it ticks. Okay, that's is just like a little dog. Who follows me. I'll see you next time. Bye-bye. 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 Bis zum nächsten Mal.